Willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Das letzte Mal haben wir ein gutes Stück von dem Einheitstunnel bereits erkundet. Und jetzt ist es an uns, weiter ins Innere vorzustoßen. Denn heute gibt es auch ein ganz spezielles Event, was ich hier machen möchte, was nicht in der Verbindung zu den Alphroiden steht. Und in der letzten Spielkette würde es sich wahrscheinlich auch denken können. Das hat nämlich was mit meinem sechsten Team-Pokémon zu tun. Ja, ich habe auch hier sechs Team-Mitglieder dann schon. Nach dem vierten Nonnen, das ist ein sehr guter Wert. Jedoch möchte ich dazu sagen, dass ich es wie in Pokémon Y eingeführt machen werde. Dass ich immer sieben, beziehungsweise Pokémon Weiß 2 eigentlich eingeführt, dass ich immer sieben Team-Mitglieder haben werde. Und eines davon aus einem legendären Pokémon besteht. Also entweder es sind ein bis zwei legendäre Pokémon. Und eines dieser legendären Pokémon wird das siebte sein. Meistens ist es das Übermaskott hier. Der wird praktisch wahlweise immer wieder zum Einsatz kommen. Ähm, die Vorteile liegen auf der Hand. Viele haben sich beschwert, ja, du zeigst, du benutzt legendäre Pokémon. Das ist schon irgendwie lame. Ähm, stimme ich jetzt nicht so zu, weil, ähm, also gerade viele legendäre Pokémon sind nicht unbedingt besser als andere Pokémon. Zum Beispiel, äh, Arctos ist deutlich schlechter als Gengar. Aber bei welchen ist es halt doch der Fall? Zum Beispiel, Ho-Oh ist dann vielleicht doch besser als Trodupto beispielsweise. Deswegen, ähm, also diese Übermaskottchen, die sind schon stärker, muss man sagen. Und deswegen habe ich in Pokémon Y gesagt, okay, ich mache sechs normale Pokémon und Ivelte halt, sage ich, trotzdem als sogenanntes siebtes Teammitglied. Und rotiere dann halt immer wieder. Und das werde ich auch hier machen. Mit natürlich dem Edition-Maskott für Suicune, was ich hier nehmen werde. Und für meine anderen beiden Let's Plays zu Pokémon Gold und Silber werde ich natürlich ein gänzlich anderes Team nehmen. Ähm, da könnt ihr euch mit hoher, ja doch, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen. Die Teams werden sich auf jeden Fall nicht gleichen, sondern ich werde immer in einer Generation unterschiedliche Pokémon nehmen. Sogar in anderen Generation 1 Let's Plays würde ich unterschiedliche Pokémon nehmen. Ja gut, wobei nicht ganz für Pokémon Gelb mache ich da eine Ausnahme, weil Gelb sich ganz anders spielt. Aber gut, so, Knogga. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da wirklich Sonne sehe mit Sicht oder nee, das wird nichts. Gut, wechseln wir da, weil das hat ja so relativ wenig Wert. Ich glaube, das stimmt mir zu wenig, wenn ich da auf Verderb und Gelai versuche, in diesem Knogga vorbeizukommen. Ja, gut, ähm, ich werde noch über ein paar Sachen reden, natürlich. Worüber ich mal reden möchte, ist das Rematch-System. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Rematche hier. So, und, ähm, dort war es ja so, dass die Trainer angerufen hatten, wenn sie Bock für Kämpfe hatten. Oder eben, sie geben einem Items. Und jetzt würde ich sagen, die Möglichkeit, Items zu kriegen, ist exklusiv zum Pokémon-Kristall. Die gab es in Goldensilber nicht. Da musste man dann warten, bis man in Joto Elementsteine, äh, Quatsch, also später in Prismal der City, Elementsteine einkaufen konnte, weil das ging in Joto nicht. Und das war, oh, sehr ungeschickt. Autsch, das war stark. Das ist allerdings auch noch eine gute physische Normalattacke, die hier auf die schwache physische Erteilung von Simpsons da trifft. Ähm, und... Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Gott, wie der ausreist, der ist aber sein Lebensschild, dieser Kenji. Äh, nur ich und meine Pokémon, ich bin überglücklich. Der ist schon ein bisschen krank. Äh, aber egal, ähm, schauen wir jetzt hier weiter. Und der ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Abteil, der hier, dass hier nach unten geht, muss ich sagen. Aber ja, wie gesagt, äh, die Rematche waren hier so, dass die angerufen haben, da konnte man kämpfen. Und ja, wie gesagt, die Items nur ein Pokémon-Kristall. In Hotcoast und Silber, das hier noch anders funktioniert. In Hotcoast und Silber war es so, dass erst nachdem man den sechsten Orden errungen hat, die Trainer von selbst angerufen haben. Dort war es dann so, dass es zu bestimmten Zeiten möglich war, die Leute selbst zu einem Rückkampf aufzufordern, um eben EP zu farmen. Mag vorteilhaft sein, würde man denken, aber es war eigentlich nur eine nervigere Version des Kampffahrens, leider. War also nicht gut umgesetzt. Denn was letztendlich dabei herauskam, war, dass man immer wieder den Trainer herausfordern musste. Man musste zudem auf eine Liste schauen, die auf Serebi aussteht. Welcher Trainer wann denn Bock hat zu kämpfen? Wie gesagt, da musste man gegen ihn kämpfen, musste wieder raus aus der Route, ihn wieder anrufen, wieder gegen ihn kämpfen, also wieder einen Rückkampf ausmachen, wieder zur Route zurück und so weiter und so fort. Es war wirklich eigentlich ziemlich nervig. Ich meine, gut, hier war das das erste Mal, dass es überhaupt Rückkämpfe gab, da war das System noch okay. Zumal die gar nicht mal so selten angerufen haben. Ihr seht, die meisten Anrufe hier sind für Rückkämpfe. In Hotcoast und Silber kam viel mehr Random-Zeug dazu, weswegen sie angerufen haben. Um jetzt zu sagen, dass sie gegen einen Raupel gekämpft haben. Und dieser Kampf war episch. Und sie müssten alle ihre Kräfte zusammennehmen. Und hatten das Raupel fast besiegt. Und dann waren sie kurz bevor es zu erledigen. Aber dann wollten sie es fragen und es hat nicht geklappt und dann ist es gestorben. Und ja, immer diese Geschichten, die eigentlich ganz schön interessieren. Deswegen, äh, es ist schon etwas merkwürdig gewesen. Mich hat das persönlich in der Hotcoast-Sylber etwas genervt. Da hätte man den Kampfhandel auch wirklich, äh, beibelassen können. Ich meine, hier, hier ist es echt in Ordnung. Weil hier war, wie gesagt, das erste Mal, dass es überhaupt Rückkämpfe gab. Und dafür hat man hier wirklich, äh, genug geleistet. Und, also hier passt das. Auch wenn es nicht das beste System ist. Aber, ja, was man in den Hotcoast-Sylber daraus gemacht hat, war nicht so gut. Obwohl man das besser steuern konnte und selbst etwas gegen kämpfen konnte. Und auch die Arena-Leiter-Rückkämpfe, die waren nach wie vor episch. Aber, mir hat das da auch ziemlich so gefallen. Und irgendwie finde ich die Atmosphäre hier auch besser. Was aber besser war, war der Pokécom. Denn in Hotcoast und Zoll-Silver war es im Pokécom möglich, unendlich viele Nummern einzuspeichern. Praktisch jeden Trainer, den man getroffen hat, konnte man seine Nummer speichern. Und hier hat man ja diese Begrenzung auf 10. Und wovon einer immer Professor Linz sein muss und einer immer die Mutter. Was? Ihr werdet verstehen, wenn ich sage, dass das etwas nervig war. Ist und war, oder? Weil, kommt. Äh, irgendwie kommt, äh, kommt man sich das schon jetzt so einem Endloskreis gefangen vor. Was nämlich aus Nummern löschen und neue Nummern dazufügen befindet. Im Pokémon Zmaragd, also in Rubinen-Safir, gab es den Pokémon-Navigator statt dem Pokécom. Und da war es ja dann zunächst so, dass man kaum eine Änderung, oder beziehungsweise, dass man eigentlich nicht mehr anrufen konnte. Das war gestorben. Es gab aber nur noch die Rückkämpfe, die im Pokémon-Navigator eingezahlt werden, wann jemand Bock hatte. Das war dann auf jeden Fall auch besser, dass es den halt Gold zu Silber fand ich. Auch wenn man es da genauso wenig lenken konnte. Aber dann ins Maragd hat man, ähm, das, hat man Pokécom praktisch integriert, indem man die Leute auch hat anrufen lassen. Kam es da auch viel Random-Zeug raus. Und sie haben auch oft gegen einen gekämpft, ohne dass sie angerufen haben. Aber, ja, da ging es in eine ähnliche Sparte. Okay, Agilität für Minella. Ja, das gefällt mir, muss ich sagen. Ich werde dafür Trufschlag vergessen lassen. Und behalte mein Silberblick, äh, für den Fall der Fälle. Aber Agilität hat sich auf jeden Fall, ähm, für den Moment gut an für sie. Also wie gesagt, man kann es sagen. Dieses System mit dem Anrufen hat drei Generationen lang durchgehalten. Generation 2, Gold, Silber, Kristall. Generation 3, Smaragd. Und Generation 4, Hort, Gold, Gold und Silber. So, danach hat man sich ja auf den Visocaster verlassen. In Pokémon schwarz und weiß. Da gab es dann durchaus noch das Anrufen. Aber das hatte dann eine elementare Funktion für die Story. War also nicht mehr das, was es ursprünglich sein sollte. Okay, Angriffsschwund. Das ist in dem Fall gut, dass ich dann noch Verfolgung in der Rückhand habe. Autsch. Ja, dachte ich mir fast. Das Evoli ist nicht immer zu groß für mich, leider. Da muss ich dann doch wechseln, um hier auf Nummer sicher zu gehen. So, ähm, das ist jetzt das zweite Untergeschoss im Übrigen. Und dort gibt es eine neue Variation von Pokémon zu finden. Hier kann man morgens und tagsüber Zubat zu 50% finden, Radikal zu 10%, Golbar zu 30%, Kleinstein zu 10%, Radfratz zu 5% und Onyx zu 5%. Okay, ich hab grad sehr viel Pech mit Feuerstürmen. Und Nachts kann man Zubat zu 30%, Vitten, Golbar zu 30%, Morlar 20%, Kleinstein 10%, Radfratz 5%, Onyx 5%. Und im Wasser tauchen auf Tentara zu 60%, Morlar zu 30%, Tentaxa zu 10%, wenn man zwirft. Kabador 85% an der Angel und 25% an der Profiangel. Tentara 15% an der Angel, 35% an der Profiangel. Ähm, na gut. Ja, wobei. Mal schauen, wie ich mich hier mit Huckzuck-Keep, äh, vorkämpfen kann. Lampi zu 20% mit der Profiangel. Ja, das wird, ja, Flamaras physischer Angriff ist auf jeden Fall höher als meiner. Das brechen wir ab. Hm, lassen wir den Tackle ins Leere laufen, würde ich sagen. Ähm, Lampi ist jetzt 20% mit der Profiangel, 40% mit der Superangel. Mouchas 10% mit der, ähm, Mouchas 10% mit der Profiangel, 30% mit der Superangel. Tentaxa 20% mit der Superangel, Lantorn 10% mit der Superangel. Also, ihr seht, eine hohe Variation noch an Pokémon, die man hier fangen kann. So, Flammenrad, da bin ich auf jeden Fall froh drum. Das Gute, die gute Attacke ist mit 65 Stärke. Stärke als Glut. Hat zwar etwas weniger AP, nehme ich den 20, aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich hier eine gute Alternative zu dem Ganzen endlich entwickle. Weil, ja, ihr wisst, es ist sehr problematisch mit, ähm, mit meinem Gengar, äh, Quatsch, mit meinem Tornupto. Bzw. noch nicht Tornupto, nämlich mit Igelar, aber ich brauche es um 36 zu nehmen, bis es Tornupto wird. Und dann, wenn es Donnerstag hat, dann habe ich ganz gute Chancen hier noch weiterzukommen. Aber im Moment bin ich hier noch ein bisschen gefangen bei diesem Level. So, hier haben wir die Evoli-Entwicklung, auch interessant. Äh, aber ja, das war es erstmal so, was es vom Einheitstuttle zu wissen gibt an Pokémon, die man hier fangen kann. Ihr habt, wie gesagt, gehört, hohe Variationen, natürlich auch höhere Level der Pokémon hier. Und auch was die We-Matches angeht, konnten wir jetzt doch einiges klären. So, ein weiteres Thema, über das ich reden möchte, sind die Geschlechter, die ja in diesem, in dieser Edition neu eingeführt wurden. Boah, das ist Pech. Shit. Ähm, gut, da werde ich jetzt gleich eine Anti-Para-Bäre einsetzen, weil ich brauche Gengar auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall die Geschlechter, die ja eingeführt wurden. Das war ja in Rot und Blau noch nicht so, außer bei Nido, bei männlichen und bei weiblichen Nidoran. Und da hat man sich hier eben dazu entschieden, okay, man gibt Pokémon unterschiedliche Fähigkeiten, je nach Geschlecht. Beziehungsweise, was heißt unterschiedliche Fähigkeiten? Erst einmal nicht. Also der erste Schritt war, dass es einfach nur unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Geschlechter in erster Linie überhaupt gibt, ja. Damit war man erstmal zufrieden. Und man, mein Pokémon-Team ist ganz schön zerstört. Ich glaube wirklich, ich hätte hier noch nicht unbedingt hin sollen, oder? Was meint ihr? Naja. Schauen wir mal weiter. Ähm. Aber ja, das war auf jeden Fall der erste Schritt. Und danach hat man das dann ausgebaut. In Generation 4 kam dann unterschiedliches Aussehen für die Pokémon. Also zum Beispiel Pikachu hatte einen Herzschwanz als Weibchen und als normales Pikachu eben einen normalen Schwanz. Und, ähm, Wurikinau hatte Lippenstift als Weibchen. Also so hat man sich, da hat man dann praktisch erste Annäherungen getroffen. Das wurde in Generation 5 etwas zurückgeschraubt bei den neueren Pokémon. Da gab es dann keine äußerlichen Änderungen mehr. Ja, und jetzt ein Genauer zu uns. Da haben wir wieder ein paar eingeführt. Zum Beispiel schaut Xiao anders aus, je nachdem, ob es weiblich oder männlich ist. Aber an sich, ähm, haben wir das jetzt nicht groß weiter ausgebaut. Gewisse Pokémon entwickeln sich allerdings eh unterschiedlich, ob sie Männchen oder Weibchen sind. Zum Beispiel kann sich Kirlia nur als Männchen zu Galagladi entwickeln. Und, ähm, Burmi kann sich nur als Männchen zu Hornweißel und als Frau zu Burmadam entwickeln. Nur einmal pro Woche kommt ein Pokémon ans Wasser. Dieses Pokémon hätte ich gerne gesehen. Ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Ich habe aber noch etwas Kleines übersehen hier, was wir uns erst einmal schnappen möchten. Aber ja, auf jeden Fall, äh, ihr seht das da unten. Auf jeden Fall hat man das, wie gesagt, etwas zurückgefahren im Laufe der Zeit. Aber das war natürlich schon eine tolle, eine tolle Entwicklung. Vor allem hat es ja diese ganze Mechanik mit dem Züchten erst eröffnet. Weil ohne das wird das nicht möglich gewesen. Okay, ich bin richtig am Ahr. Und zwar mit allen. Das ist absolut krass. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich selten mit so vielen Team-Pokémon herkomme. Die Einzelnen bekommen dann natürlich viel weniger EP. Und das merkt man durchaus, dass hier ein wenig was fehlt. Autsch. Autsch. So, ich werde jetzt auch demnächst Tafelwasser dann doch verwenden für meine Pokémon. Weil so kann es natürlich nicht weitergehen. Und werde dann auch Simpsala jetzt erstmal nach vorne tun für den nächsten Kampf. So, war mit dem Tafelwasser hier. Ich bin wirklich froh, dass ich das so günstig bekommen konnte. So, hier Tafelwasser. Und dann für Shala ebenfalls noch. Demnächst werde ich sie auch alle mit guten Items bestücken. Die ihnen hoffentlich Nützen geben. Werde findet eigentlich die Surfer-Musik hier? Also ich mag die Surfer-Musik. Sehr, sehr schön und atmosphärisch. Das ist aber auch der zweite Vorname von diesem Spiel dazu. Es ist einfach unglaublich für dieses Spiel. Es ist immer wieder schafft, richtig epische Atmosphäre zu erschaffen. Und diese Höhle finde ich auch toll. Den Einheitstotel eben, weil man an sich schnell durch ist. Aber es ist eben sehr viele versteckte Orte gab. Das Ganze wurde in Haltkurs und Silber aber ziemlich umgebaut. Muss man dazu sagen. Da dachte ich erst, die wäre vergrößert worden. Aber da waren die Eingänge anders platziert. Da kam man nicht mehr durch die Leiter hier runter. Sondern durch eine Treppe, die man da unten gefunden hat. Direkt am Start. Also das war dann schon ein großer Unterschied. So, der ist cool. Der Astralen Lars. Der hat nämlich die drei Starter. An den erinnere ich mich noch. Ich würde jetzt mal schauen, inwieweit das Igelava schafft. Und gegebenenfalls reagieren. Im Moment ist er natürlich noch relativ limitiert unterwegs. Er hat jetzt auch noch einen Genauigkeitsverlust. Was natürlich sehr suboptimal ist. Da wäre jetzt natürlich Finte richtig geil. Aber gut. Ich muss eh heute noch zum Cowboys von Ducatia City. Denn dort oben bekomme ich heute Rückkehr. Das gibt es da an einem Freitag soweit. Ich weiß nicht, ob es war ein Freitag. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht täusche. Da bekommt man dann die TM-Rückkehr gegeben. Und das werde ich auf jeden Fall für Igelava verwenden. Bei dem ist das, denke ich, super aufgehoben. Ja gut, wobei. Gut, das müssen wir jetzt aber tatsächlich auch überlegen. Ich glaube übrigens, dass hier Feuersturm tatsächlich besser ist. Ja. Jetzt definitiv. Weil 120 geteilt durch 2 mit Stab ist immer noch besser als die 30 Schaden durch Rucks. So viel. Oh. Mist. Äh, Moment. Feuersturm. Okay, jetzt trifft's. Ich habe bisher relativ viel Pech damit, muss ich sagen. Ähm. Und vielleicht, genau, ich kann vielleicht noch eine kurze, ähm, eine kurze Anekdote erzählen. Die ich, äh, zu Ibidag zu sagen habe. Ich habe mir mal angedeutet, dass es da eine lustige Geschichte gab. Denn in der ersten Generation war Ibidag, äh, ja, hatte so ein ganz gewisses, ähm, schwierig zu beschreiben. Auf jeden Fall hat sein Federteil so vor sich gehalten. Und wer alles nicht besser wüsste, sah er tatsächlich etwas aus wie Ho-Oh. Und in der ersten Folge vom Anime hat man ja Ho-Oh gesehen. Weil, ja, der Anime sollte ja Pokémon Gold, Silber und Kristall ankündigen. Das kam zwei Jahre vorher raus. Da wurden schon viele neue Pokémon entwickelt. Und die arbeiten an Pokémon 2, wie es damals hieß, hatten auch begonnen. Dazu dann ein anderes Mal mehr. Und da war es dann so, dass der Anime das eben supporten soll. Und die haben diese Pokémon langsam eingespielt. Oder wie eben Ho-Oh oder Togepi, was ja schon in Kanto zu unseren Freunden. Unseren Freunden. Ja, die so ein Volllappenloser gestoßen ist. So Hyperdrang gefunden. Ähm. Und, ja. Dann war letztendlich... Moment. Gut, äh, passt gerade nicht mehr in diesen Part rein. Ich mach dann... Ich bin dann hier etwas über der Zeit, deswegen mach ich dann hier Schluss. Und das nächste Mal kann ich euch dann diese kleine Anekdote zu Ibitak erzählen. Das ja wie ein Ho-Oh aussieht. Vielleicht kennt ihr sie schon aus einem anderen LP. Wenn nicht, werde ich sie euch gerne erzählen. Da wir ja hier ein Ibitak im Team haben. Und, ja. Dann danke ich euch für Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ähm. Und das nächste Mal sehen wir uns hier im Felsthul wieder. Ich freu mich auf euch. Bis dann.